Das ist der Sound direkt von der Autobahn. Ja, Viking 2014, falls ihr es noch nicht wusstet. Die Leute sagen dir, du brauchst das und aussparst Kaufbrands auch. Dann am Anfang macht das Riesenfreude. Viele Leute lieben heute diese Seuche. Zahlen ihr Geld in der Scheine der Killerhände. Behindert werden die Kinderländer, denen hat der Bitsch immer Wertschätzt. Doch können von realer Freundschaft und Liebe nicht mehr den richtigen Wertschätzt. Und sie beherrschen 1337. Doch ihre einst heiß geliebten Heiddetailspiele lassen sie mit Leichtigkeit liegen. Nö, damit spiel ich nicht mehr. Durch den technischen Fortschritt macht die Menschheit nen Rückschritt. Es scheint wie ein mächtiger Toppet, doch dein Handy erdrückt dich. Auf der Suche nach kostenlosen Wi-Fi, verschlingt der Klotz dir doch bloß die Freizeit. Anstatt sich mit den Leuten zu treffen, mit Bräuten zu essen oder mit Freunden zu wetten, hängt man heute nur auf Facebook, WhatsApp, Twitter und Co. Denn in der Zeit des Smartphones geht das nur so. Und ich tippe diese Zeilen in mein Handy ein. Und dann kommt der Augenblick, in dem ich's endlich peil. Wie könnte es auch anders sein? Nein.